Oh, da ist eine Quest. Also manchmal habe ich echt Ruckler noch drin, ne? Da müsste ich so vielleicht noch einen kleinen Quality-Patch raushauen. Es ist echt selten und immer nur ganz kurz, aber ab und zu ist noch ein Ruckler drin. Schlüssel verloren, meine Liebe. Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Er muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestornt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte. In der Tat. Interessant. Was geschah danach? Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Danke, Chef. Danke, Chef. Gut, ich helfe dir. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Ich werde es verfolgen. Alter, die Lutschtabletten-Chat, die knallen richtig rein. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol bitte markiert. Also, die helfen echt. So, was sagt ihr? Als erster Part-Titel. Let's play The Witcher 3 Wild Hunt Remastered. Remastered. Hashtag eins. Als Titel. Das beste Spiel aller Zeiten. Passt, oder? Für den ersten Part. Weil mein Cutter ist schon hier nebenbei am Rödeln. Ist ja auch das beste Spiel aller Zeiten, oder? Je nachdem, wie schnell YouTube verarbeitet. Vielleicht in der nächsten halben Stunde schon Online-Chat. Geil. Alter Wartspat. Absurd. Nichts, nichts. Wird dann immer ein Part wahrscheinlich am Tag Cutter vorgeben. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Und ein Part Switcher. Oder vielleicht mal zwei Part Switcher, zwei Parts. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, wir spielen auch God of War noch weiter. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Weil Witcher ist jetzt ein Wochensprojekt mindestens. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Entspann dich doch mal. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Hier. Deine Bratpfanne. Ein Wochensprojekt. Also nicht eine Woche, sondern mehrere Wochen. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat Eilens ein paar andere Dokumente verbrannt. Und? Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal. Du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen. für die Reise. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Oder den Hecht. Acht Erfahrungspunkte, Chad. Ach du meine Güte. Oh, Bratapfel. Und Brot. Und Apfelsaft. Was haben wir denn hier noch für Konsumgüter? 10 Vitalität, 15 Vitalität. Das heilt alles so wenig. Ich weiß gar nicht mehr, was das Maximale war pro Sekunde. Ich glaube 50 oder so. Oder weniger. 30. Das heilt ja alles mega wenig. Weiter so, Plätze. Ja, immer noch Level 1. Harte Zeiten. Was haben wir hier? Manchmal liegen doch auch einfach random tote Tiere rum, ne? Weil die sich, ähm, ja, manchmal so gegenseitig bekämpfen oder halt von Wölfen gerissen werden. Sehr logisch. Hasenfell. Easy. Wie lange brauchen wir für die Mind-Story? Kommt drauf an. Wir rushen ja nicht. Ich höre mir auch immer alle Dialoge an. Was würdet ihr sagen, Chat? Nur Main-Story, wenn man trotzdem sich alle Dialoge anhört, ne, nicht durchskippt. Das Game ist riesig. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wie schwach so normale Tiere sind im Vergleich zu den Monstern. Ich glaube, es gibt eine Trophäe, wenn ich... Oh, Vargs sind gefährlich. Oh, scheiße. Oh. Es gibt doch eine Trophäe, wenn man Gegner tötet mit so Umgebungseffekten. Gaswolken sind giftig. Boom. Ich bin so weak. Mach kein Damage. Bruder muss los. Und guckt mal, wie wenig ich mich heale. Das ist doch eigentlich ein Verbrechen. Ach, Mann, Bruder. Oh, nee, ne. Die Addons bekommen logischerweise auch ein Upgrade, ja. Glaubst du, die bringen eine Remastered-Version von dem Spiel raus und die DLCs sind dann noch in der alten Grafik. Also manche fragen auch hier, Mann. Oh, nee, ne. Ah, boom. Dreifache Gefahr. Töte drei Gegner in einem Kampf mit drei verschiedenen Methoden. Schwert, Schwerter, Bomben, Armbus, Zeichen und so weiter. Ich habe eigentlich gerade nur Magie benutzt. Ach so, das schließt auch andere Sachen mit ein. Magie, Schwert und Umgebungsschaden. Deshalb habe ich die Trophy bekommen. Easy. Was haben wir denn hier für den Loot? Stahlbarren. Oh. Ui. Bei diesen Loot-Dingern muss man immer alles nehmen, damit es als gelootet zählt. Beweg dich. Jetzt schon ein besserer Loot als in Valhalla. True. Oh, hier. Ich erinnere mich. Plötzlich stehst du weg. Wir spielen heute nur Witcher-Chat. Wir reagieren morgen auf Seven vs. Wild. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Heute only Witcher. Ich bin ein Hexer. Driver, danke für die Fünfer-Naschi-Bombe. Ein Hexer? Danke, danke. Hauptmann Peter Sark-Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, du kannst höflich sein. Habt ihr Arbeit für mich? Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nicht zu schätzen. Zum Turm. Zum Turm. Halt! Ja, ab und zu ist mal ein Ruckler drin. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede, Rüstungsschmiede. Diese goldenen Pläne, die ich finde, die aktivieren sich von selber-Chat, ne? Die muss man nicht lesen. Gibt euer Dorf. Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Main Story ist jetzt wichtig für die EP. Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir vom Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren... Ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann es nicht leugnen. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja. Natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Geralt von Riva. Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Oh. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Ah, stimmt. Der, der vorhin das Pferd auch attackiert hat. Neverding. Äh, Neverding. Du dachtest, weil du vorhin ein Kartenspiel gesehen hast, dass Witcher ein Kartenspiel ist. Ne, Gwent ist ein Kartenspiel in dem Spiel. Das ist optional. Das musst du gar nicht spielen, wenn du das nicht möchtest. Macht aber Ultra Laune. Und ist halt auch trophäenrelevant, wenn du es auf Platyspiel möchtest. Es gibt aber tatsächlich das Spiel, also das Kartenspiel. Gwent nochmal als Hauptspiel deutlich umfangreicher und komplexer. Weil die Fans das Gwent-Spiel in Witcher 3 so gefeiert haben. Was kümmert dich, der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon zehn umgebracht. Auch einige meiner Männer. Macht Ultra Laune, das Kartenspiel. Ich müsste die ganzen Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Ich hab grad so Bock auf die Hauptstory. Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Ja, die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich hab eine Patrouille hingeschickt. Fünf junge Männer. Zwei Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich hab sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greif in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald. Sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Grüß dich, Fox Knut. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuz... Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tomira, der Kreuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird ihr weiterhelfen. Okay. Tomira und Mislav. Danke. Es so und jagten. Ist der Part schon online auf YouTube? Wenn deine aktuelle Quest aus mehreren als ein Ziel besteht, kannst du eher drei drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Tatsächlich. Das klingt flottig, Karotti, Chat. Aber dafür ist ja auch das neue Setup da. Ist auch schon in 2K verfügbar. Oh mein Gott, ist das sick. Ja, das neue Setup knallt rein, Chat. Erster Part ist schon online. Kann ich jetzt hier was klauen oder boxen, die mich dann mal speichern zur Not, zur Sicherheit. Noch sagt er nix. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Ich glaube, er macht nix. Aber ich glaube, die Wachen mögen das nicht, wenn man das vor denen macht. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Wachen, tolerieren, kein Diebstahl. Sei also vorsichtig. Beruhige dich, Nordling. Wenn ich das jetzt da rausziehe, dann ist das Ding over. Wie er sich direkt wieder umdreht. Ja, das ist... Alter, ich feier's jetzt. Also, der erste Part auf YouTube ist schon online. Könnt gerne einfach so zum Spaß mal reinschauen für die Qualität. Und gerne auf dem Video ein Like verlassen, wenn ihr wollt. Oder in Ruhe dann nach und nach durchschauen, ne? Wie ihr Bock habt. Musik. Trau dich, nein. Ich glaube, man kann später, wenn die wegmoven, kann man einfach zuschnappen, ohne dass man Schellenrass... Wenn ich ein bisschen Pflanzen klaue, sind die aber nicht sauer, ne? Lass den Unsinn. Das könnte böse sein. Oh! Was für eine Auflösung das Game ist, das muss der Chat googeln. Bei mir wird das ja auf PS5 nicht angezeigt, welche Auflösung ich genau habe im Performance-Modus. Ich schätze... 2K Upscaling. Mit konstanten... Konstanten 60 Frames. Komm schon, Plätze. Meister Hexer! Oh, Meister Hexer. Jemand braucht unsere Hilfe. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nur davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert? Und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Wiederschaut. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen. Ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich suche nach deiner Schachtel. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Na, man ist in der Hauptquest und dann kommt eine Nebenquest einem dazwischen. Aber ist hoffentlich okay, wenn wir immer mitnehmen, was wir können. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Wagenspuren. Ich packe es nicht, als einfach der erste Part schon online ist. Und wegen Setup-Chat, ich stelle euch da mal ein Command zusammen, wo dann alles drin steht. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Er hat mich umsehen. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Herzogwasser. Looten, looten. Die machen ja Geräusche. Oh Mann, ey. Einfach immer noch Level 1, Bro. Ich bring der Oma ihre verdammte, verkrackte Pfanne zurück und ich kriege 8 EP, Digga. 8. Sollen wir denn so looten, 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 leveln? Wir sind einfach der Brokste Witcher alle Zeiten. Was jetzt, du Stück Dreck? So, man muss sie gar nicht besiegen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Naja, der Anfang, das erinnere ich mich noch an, meinem ersten Spieldurchgang auf Todesmarsch ist der Anfang schon schwierig, wenn man noch gar nichts hat. Keine Alchemie, keine Tränke, keine, ja, keine Bomben, wo nix. Oh, er enthauptet den Al. Ey, Kabay, Moin. So, da waren wir doch gerade, ne? Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Kleine Schachtel finden. Kann man diese Fässer irgendwie gezielter zur Explosionsbring-Jet oder tun die immer erst mal ein bisschen brennen und dann explodieren, weil bis dahin sind immer alle Gegner weggelaufen. Ja, mit Igni schon klar, aber die brennen ja dann erst. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespricht. Hey, Menschen. Warum hab ich denn jetzt die Päuste draußen? Das muss mich eigentlich noch nicht mehr. Pippo Run! Dafür hab ich keine Zeit, Jungs. Tschüss! Der Heal ist so eine Katastrophe. Schaut euch das mal oben an links. Bruder, ist das ein Joke oder was? Todesmarsch ist wirklich so pein am Anfang. Ich krieg' nen Hit und ich brauch gefühlt 100 Jahre, bis ich wieder Full Life bin. Oh. Und? Hast du die Schachtel? Ich hab dich durchschaut. Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Druhaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre. Das klopft, wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Jetzt Pferde-Battle. Oh, das lädt gar nicht ganz schön lange hier gerade. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf! Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. Sechste Temerische Division, zweites Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Was sagt ihr, Chad? Er ist ja trotzdem Mörder. Und es ist Krieg. Ganz schwer. Manchmal wüsste ich wirklich nicht, welche Antwort ich nehmen soll. Ihr fühlt moralisch alle schlecht. Aber ich glaube, Nilfgaard war die Fraktion, die wirklich die Bösen sind in dem Spiel, ne, Chad? Die sogenannten Schwarzen. Nicht, weil sie Hautfarbe schwarz haben, sondern wegen ihrer schwarzen Rüstung. Raushalten und weiter. Das stimmt. Der Witcher versucht eigentlich immer, größtenteils neutral zu bleiben. Ja, komm. Wir lassen ihn ziehen. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verschwenden, hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Die führen auf jeden Fall gerne Krieg. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests andecken. Oh, in Plätze gespawnt. Nochmal vielen Dank. Temerien vergeht sich. Achso, das ist sein Pferd. Ey, ich hab wieder 8 EP bekommen. Chad hört auf, mich zu trollen. Ja, Nebenmissionen sind ja die wirklich Nebenmissionen. Wir sind aber auch ja noch im Startgebiet, ne? Der 8 EP-Boss-Chat. Ihr kennt mich doch. Oh. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Na nu. Da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind Schmerzstil. Und derartenschein Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. 1000 EP bis Level 2. Habt der Greif sie so zugerichtet? Da brauchen wir ja nur... 250 Nebenmissionen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Ich töte den Greif. Er wird keine Opfer mehr geben. Ich könnte es versuchen, ihr zu helfen. Ja, 125 habt recht. Sorry, ihr Model. Helfen, sagt ihr. Na gut, Chat. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stimmt sie auch. So eine gute Bande. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein sieben Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard mag Ordnung. Der Hauptmann kam mir aber ziemlich korrekt vor. Der hat auch vorhin den Bauern nicht ausgenommen. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein. Aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee. Nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Die PS5-Grafik ist sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt von ihr noch eine Quest bekommen. Bereite eine Portion des Tranks Schwalbe zu. Boah, wie geht denn das nochmal, Chad? Äh, Alchemie? Ah. Ah. Zutaten fehlen. Schillkraut. Das ist jetzt eine Nebenmission, die wir bekommen haben, ne? Schillkraut. Lass mir hier alles leer saugen. Ja, woher kriegt man jetzt Schillkraut? Fragezeichen. Ich habe immer alle Kräuter aufgesammelt, wenn ich so irgendwo durch die Gegend gedackelt bin. Und dann hatte ich eigentlich immer von allen Kräutern genug. Verkauft sie? Meinst du? Ja. Hast du Kräuter im Angebot? Mal schauen. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Vielleicht wird Chad weise. Tatsächlich. Für 70. Wie viel habe ich denn? Ich habe 41? Ich bin so broke. Wir können uns 8 leisten. Ja, weider Witzker. Eine Krone auf Tasche, Mimasche. Ja, Wahnsinn. Können wir hier diesen anderen Stuff da andrehen? Nein, wir müssen noch einen Händler finden, wo wir hier die Beile loswerden können. Ich glaube, die bringen einiges ein. Ich bin so broke. Abgebrüht und abgebrannt. Das war aber am Anfang, erinnere ich mich. War am Anfang so. Kann ich ihr Fell verkaufen? Nee, gell? Was hat sie denn hier Schönes? Weiße Möwe. Rezept zur Alkoholherstellung. Zwergenschnaps. Trollabsud. Man braucht alles, ne? Wenn man Geld hat, muss man alle von diesen Plänen kaufen. Die kann man alle gebrauchen, wenn ich mich nicht irre. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Der arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Der ist einfach Milch holen gegangen. Hm. Leb wohl. Gerade hat einer im Chat gefragt, mit der Sloterweiterung. Du meinst, dass du mehr tragen kannst. Oben links ist deine Kapazität. Und du musst dann für Plötze, musst du dann den ausrüsten. Wähle eine Verbesserung aus und drücke dann X. Was meint das Spiel gerade? Was will mir das Spiel sagen? Hä? Was meint das Game? Wähle mit L eine Verbesserung aus und drücke dann Kreis. Äh, X. Was für eine Verbesserung? Rüstung? Habe ich eine bessere Rüstung? Das meint das Spiel gerade nicht. Für die Schuhe auch nicht. Haben wir vorhin doch schon gewechselt. Ja, das war... Die Anzeige war, glaube ich, verglitscht. Rune für die Stiefel. Ach so, ihr habt recht. Ja, das meinte er. Das meinte das Spiel. Wie laut das ist. Oh Mann. So, hier, guck. Satteltaschen. Ach nee, das... Da doch. Genau, Sattel ist, dass dein Pferd mehr Ausdauer hat. Auch nützlich, dass du halt länger galoppieren kannst. Und hier, Kapazität der Satteltaschen. Ich weiß nicht, ob das Panel im Weg ist. 30 Kapazität. Du hast am Anfang 60. Ist halt schon 50% mehr Stauraum dann, ne? Du kannst die Anfangsrüstung aufwerten. Kostet nur 30 Münzen. Das ist ein guter Tipp. Weil wir sind, glaube ich, noch ein bisschen länger mit der Rüstung unterwegs. Also, jetzt wollen wir erst mal hier... Zum Herstellen eins gehen wir mit den richtigen Zutaten. Die... Ja. Wirklich Alchemie so geil in dem Spielchat. Aber man muss sich halt erst mal damit beschäftigen. Genau, Tränke 1 steht. Das heißt, wir können das jetzt herstellen. Katze ermöglicht das Sehen in völliger Dunkelheit. Erhöht die Chancen auf kritische Treffer. Weißer Honig. Hebt eigene Vergiftung sowie die Effekte anderer Tränke vollständig auf. Das war dann so ein Reset. Schwalbe, beschleunigt die Vitalitätsregeneration, wenn Schaden erlitten wurde. Setzt die Vitalitätsregeneration zwei Sekunden lang aus. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit sie im Spiel eingesetzt werden können. Wende, um das Inventar zu öffnen. Ah, man hat ja so einen eigenen Trankslot, ne? Ach, die Musik. So schön. Kann man sich alles voll Tränke knallen? Ja, ne? Aber wir brauchen ja auch viel Stuff. Ja, genau. Schwalbe wollte ich der Kranken geben. Jetzt einfach mit ihr reden. Ja. Habe einen Trank für Lena. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen. Symbol der Wiedergeburt. Ja, das macht so Spaß in dem Spiel zu questen, Chat. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Chibu, das Update merkt man stark, ja? Gerade auf Konsole. Ne? 30 zu 60 FPS. Warum hast du nun doch so entschieden? Krasser Grafiksprung. Ich fand das besser als nichts zu tun. Mir Remastered sehr gelungen, Chat. Ich mag dich, Hexer. Ich habe ab und zu meinen Ruckler drin. Aber ansonsten sind mir keine Performance-Probleme aufgefallen. Quest aktualisiert auf dem Sterbebett. Und wir rätseln, wie viele EP sind es? Neun? Oh! Oh mein Gott! Und dann aus dem Nichts knallt eine Nebenquest so rein. 50 Kronen! Reich! Von einer Krone auf 51! Guck, das ist halt geil. Verfluchtenöl. Richtig, das war eine richtig gute Nebenquest. Aber kein Level 2. Verarsch mich nicht. Ah! Was sehe ich hier? Nur noch 45 EP. Warte mal. Wenn ich wieder 8 EP bekomme, dann sind das ja nur... Ah, 6 Quests. Die mache ich doch mal nebenbei. Auf dem Entspannen. Hab ja Zeit. Schlafen, Essen, alles überbewertet. Lieber Questen. Ne, das was wir jetzt gelesen haben, wir haben uns quasi ein Buch durchgelesen. Ein Buch durchgelesen zu... Zu Tieren. Äh, zu Monstern. Dann können wir dann im Bestarium schon die Monster uns anschauen. Ohne dass wir sie getroffen haben. So. Eigentlich möchte ich schon auch immer... ...wenn ich in der Nähe von einem Fragezeichen bin, das mitnehmen. Ich will gar nicht... Das Game ist ja so riesig. Hier gibt es noch so viele Nebenquests. Alles voll. Oh. Steig ab. Welche Stufe? Oh, Stufe 2. Ehrenspiel. Jetzt benutzen wir mal die Schwalbe. Jetzt sollten wir uns richtig saftig dealen. Mehr als mit dem billigen Wasser die ganze Zeit. Wie findet ihr die nähere Kamera im Kampf-Chat? Ich weiß noch nicht. Das ist ja standardmäßig eingestellt. Die Kamera war ein bisschen weiter weg im Original. Manchmal verliere ich dann den Gegner noch aus den Augen. Ui! Level... Upp! 90 Points. Das ist treppig. So. Erster... ...Punkt. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern, das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fähigkeitspunkte. Ich habe nur einen. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fähigkeiten zu erwerben oder die Fähigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fähigkeit zeigt an, Fertigkeit zeigt an, zu welchen Fertigkeiten, warum sie gehört. Wähle mit L eine Fertigkeit aus und drücke dann Fähig, um sie zu entwickeln. Ja, Chat. Alchemie so geil, so strong. Aber am Anfang muss man fast aus der Kategorie sich was holen. Und zwar war es die, dass das... Also es gibt so viele nützliche Fähigkeiten. Das hier ist auch sehr geil. Nochmal 60 Ausrüstungsgewicht. Wo ist ein Gourmet-Chat? Hört die maximale Vitalität und 15 Prozent. Da. Essen regeneriert sich 20 Minuten lang. Dann haben wir immer, wenn wir was essen, 20 Minuten lang einen Heal. Dann tun wir nicht so viele Heal-Gegenstände verballern. Das ist eigentlich Pflicht, die Fähigkeit auf Todesmarsch, ne? Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einen freien Fertigkeitsplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Ich glaube, es gibt auch einen Drang zum Resiten später, ne? Wähle eine Fertigkeit aus und drücke X. Ich wähle dann eine Fertigkeit aus und drücke aktivieren. Bumm. Ja. Sehr geiles System auch. Das hier mit den Bomben. Du bist immun gegen die Wirkung von Bomben und Spezialbolzen. Der Bombenschaden wird verdreifacht, doch die Anzahl der Bomben auf den Plätzen halbiert. Das hier einsteträchtnig. Das ist eine Fertigkeit hier.